show youtube und damit begrüße ich euch zu einer weiteren folge let's play robocraft mal wieder ich habe es jetzt seit langem nicht hingekriegt mein aufheimprogramm darauf zu bringen hier das spiel aufzunehmen es lag daran dass sie ja das robocraft jetzt dieses anti-hack zeug gemacht hat dass man keine cheats irgendwie die programm machen und er dachte es anscheinend immer mein aufnahmeprogramm ist irgend so ein cheatprogramm dann ging das eben immer nicht und da habe ich ein bisschen umprobiert und jetzt habe ich es hingekriegt das freut mich machen wir gleich boss battle immer den ersten weghauen so zack erst der kill blöd mann was abgeschossen hier meine kanonen sind schon wieder im marsch das ist so dass ich immer meine kanonen abschießen müssen er ist mit mir hier verstecke spielen oder was es nehmen die säcke schon ein das geht mir auch so richtig sie immer alles einnehmen sind ja klein noch ein punkt haben sie schon sind ja alle so zack zack hier weg mit dir so weg du kannst nix zack weg nächster und weg mit dir zack nächster da ist auch noch einer der denkt dass er hier irgendwas kann so zack so noch vier gegner haben wir da oben steht einer drei zwei wo ist der jetzt schon wieder blöd mann weg noch zwei kanonen drei kanonen denkt er ich sehe den nicht oder was wegen der schaden gekriegt nur noch zwei kanonen aber ihr meine level 9 kanonen oder tier 9 kanonen ist noch dran von daher passt es doch ja jetzt bestimmt schon richtig angst die hoffahrer ich habe 14 kills es wird auch mal sehen dass ihr das hinkriegt ne 14 kills eine norme normalen game ne spaß wo ist denn der seit wann spielen wir denn hier verstecke so weg jawohl 15 kills wie viel geld kriegt man hoffentlich genug mir irgendwas zu machen jawohl 20.000 passt doch noch eine runde mit dem heiler hier obwohl ich habe den ersten sieg des tags eh nicht kann ich lieber mit meinem meinem coolen wagen hier eine runde fahren dies wird sowieso jetzt nur eine kurze folge denn ich werde danach gleich beenden da ich euch einfach nur sagen will ja es geht wieder ich habe jetzt gerade nicht so viel zeit das aufzunehmen von daher hoffe ich mal ihr könnt mir irgendwie verzeihen ich gebe ja mein bestes aber wie es so ist im leben hat man nicht immer Zeit wo wir jetzt noch schnell irgendwas zu reisen und dann geht das noch los gemacht jetzt mal hier und los die haben alle schon die gelbe Ponsorung ich habe noch ganz wenig gelb ganz wenig gelb und dann auch ganz wenig gelb das ist natürlich interessant gebaut dass man auch auf so kleinen platz so viele Kanonen runterbringen kann egal ich will aber trotzdem so viel Panzerung wie möglich benutzen weil es cool ist ja da haltet ihr einfach viel mehr aus komm jetzt reiß dich mal zusammen oh der erste Gegner zack 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 Todesangriff war schon richtig Schaden gemacht ach Plasmawerfer sind gegen Flugzeuge eigentlich überhaupt nicht effektiv diese ganzen laser blöd diese walker hier die verkämpten sich darüber wie sie sonst was und können hier runter schießen na da rein wo der reingefallen ist kommt eh keiner mich auch schon mal ein paar mal reingefallen ist nicht so gut so ey genau wie vor mich an so von hier lang oh hier sind ganz viele Gegner zack 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 weg geh sterben zack 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 oh ich wurde gespottet das ist nicht so gut das ist mein zarter Heiler hier komm heil mich mal mal action da oben können wir ordentlich Schaden machen oh haha echt krass das ist ein Gegner ich treff den grad nicht jetzt sagen wir fahren mal hier hoch ha treffen wir da nix ich hab noch nicht mal ein Kill gemacht Leute was denn denn los mit mir grad richtig schlecht Leute das durfte man nicht nachmachen ja immer schön paar Kills holen zwei oder so ne zwei reichen schon ich will wenigstens ein bisschen Geld kriegen wenn man keine Kills macht kann man auch keine Geld kriegen muss man hier aggressiv um die Ecke fahren den weghauen Hammer Kill jawoll mein Team dominiert hier leicht hat er den Move gesehen von mir so zweiter Kill was doch richtig krass ist das runter gehobt alles was hat er was gerissen so da ist noch irgendein Gegner schaden machen schaden machen wenn es weiter vorher ist nur noch zwei Gegner der eine fliegt die ganze Zeit durch die Kante ist jetzt ganz am linken Map Brand und der andere wird schon kommen wenn ich jetzt Basis einnehme ja mich brauchst du nicht heilen aber den Hund trifft mir überhaupt nicht an der Luft ja egal wir sind jetzt hier schon zu dritt angerückt das hätte natürlich auch ein krasses Design einnehmen will er nicht aber es ist ja jedem überlassen ob er jetzt dem Sieg aktiv am Ende noch beihelfen würde oder nicht na wir haben eh gewonnen da flogen nochmal die Freudenschüsse so wenn es euch gefallen hat dann lasst eine positive Bewertung da es tut mir jetzt leid dass die Wolke so kurz ist aber wir haben trotzdem ordentlich Geld gemacht ja Abos sind wie immer erwünscht und kostenlos dann haut rein bis zum nächsten Mal Ciao